Oh mein Gott! Was heisst du? Hey Gamerinos, ich bin Mark dabei Mac und wir spielen ein Oldie im Shooter Bereich Es ist mehr oder weniger der erste richtig online... Hey Gamerinos, ich bin Mark dabei Mac und wir spielen nicht Overwatch wir spielen nicht Garden Warfare 2 oder Counter Strike, wir spielen Quake Life Quake Life basiert auf Quake 3 und Quake 3 ist sozusagen der erste richtige Arena-Shooter der online gespielt wurde 1999 17 Jahre ist die Engine 17 Jahre ist das Game mehr oder weniger 1-2 Sachen sind zwar geändert worden aber ähm komm wir spielen doch ein wenig ich weiss nicht ob ich es noch früher bei der Dark Lord selber noch gespielt aber das ist schon lange wir spielen ein wenig Capture the Flag das Ziel steht relativ einfach wir hätten die Fahne holen bringt sie die eigene Base rein ja und das ist krass das ist sozusagen meine so ab 12 ich habe nur noch das gespielt so 12 bis 16 ist das mein Game wir spielen und wir spielen eine Map die ich nicht kenne oh mein Gott oh shit nein das ist nichts sorry das ist eine Map die ich nicht kann das kommt nicht gut Free For All Free For All ist immer gut Campground das kenne ich das ist etwas was ich kenne dann gehen wir los und oh mein Gott das heisst uuuuuuuu aha ähm Quake ist sehr schnell gewaked ich möchte es vergleichen oh mein Gott mit einem Espresso es bietet relativ viel oh Gott uuuuuuuu oh da hat er mich ähm aha komm 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 Nimm's ah dann hat er mich schade schade man muss auch immer Armoren ohohohohohoho ich hole's und dann kommt es gut oh mein Gott Oh mein Gott OH MY GOD a es ist schnell wieder das merken oh mein Gott Ja, die habe ich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, hätte ich mich aber auch noch verwischt. Hinter mir ist einer, hinter mir sind etwa zwei. Oh nein! Oh shit, ich bin tot, ich bin tot. Shotgunner. Fucker, komm! Oh, meine Lieblingsgun. Aber jetzt muss ich schauen, wo ich durchgehe. Irgendetwas hat mich abgeschossen. Ah, der hing. Ja, ich bin nicht mehr so gut wie früher. Komm! Ah, der hat mich. Top 8 wollte ich auch, das bringe ich hin. Das Problem bei den Free For All Servers ist immer ein wenig zu viel. Oh mein Gott. Äh, ein wenig zu viel. Ich finde ein wenig zu viel Leute da oben drauf. Ah, fuck. Wir sehen. Ja, wer ist denn das? Irgendjemand schießt doch mir da auf der Seite. Aha, ich glaube ich bin richtig weit. Ich bin nicht mal auf der Top-Liste da hier. Naja. Das ist QuakeLive. Ob es euch gefällt oder nicht. Ob es euch gefällt oder nicht. Aber auch könnt ihr das ganze abonnieren. Könnt ihr liken. Könnt ihr disliken. Könnt ihr machen was ihr wollt. mit ihr bestem Markt, wie ihr nehmt. Ihr kennt ihr wollt.